Was ich ganz angenehm finde, ist, dass relativ klar ist, was man bauen kann. Ich brauche so einige Spiele, da muss man das halt erst geladen. Das ist unnötig. Nö, das ist eigentlich relativ... Ja, so im Late Game, in Anführungszeichen, wenn dann so Einheiten dabei kommen, deren Funktion nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Was jemand vielleicht auch in dem Sinne aus den klassischen anderen Spielen jetzt nicht oder noch nicht kennt? Ja gut, das gibt es ja letztlich immer, aber halt, dass man erstmal so ins Spiel reinkommt. Also, wo ich tatsächlich ein bisschen gebraucht habe, ist, was zu finden, wenn man die Mine einsetzt, dass man sich halt auf diese Ressourcen draufsetzen muss. Ich denke daran, da kommt er direkt mit, äh, mit, äh, Flügeinheiten, ne? Ja, Sir, let's go! Äh, hinscalen, meinst du? Oder steht er bei dir schon vor der Tür? Äh, Unit Ready, das noch nicht, aber das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Unit Ready, Unit Ready, Unit Ready. Ich würde mit dem Miner einfach mal ein bisschen rumerkunden, darf man noch ein paar Versorgung sein in meinem Leben. Ich bin der der innere Stelle als die Scouts, ne? Ja, ja, genau. Der eigentlich total untypisch ist für einen Miner, aber... Naja. Wer bin ich mich an der Stelle zu beschweren? Unit Ready. So. Ich glaube, Defense würde ich wahrhaftig diesmal einfach gar nicht. Nee, einfach nö. Ja, ich denke auch. Neue Konstruktion-Options. Nö. Ja, du suchst auch gerade Ressourcen. I'm ready. Orders received. Let's go. Awaiting orders. Acknowledged. Building ready. Unit ready. Diese Miner sehen so ein bisschen aus wie diese Käfer. Wie diese was? So Käfer. Die sehen so Käfer-mäßig aus. I'm ready. Receiving. Move out. Unit ready. Hm, warum klappt das denn jetzt nicht? Building cannot be placed. Power-Konstruktion-Options. Inset. Da kann ich mich nicht draufhängen, ne? Gut. Ich mach mal was anderes kümmern. At once. No power. Orders received. Ah. Mit. Stromschonchen. Unit ready. Da kommt einer. Da kommt er schon, da kommt er schon, ja. Insufficient funding. Orders received. Unit ready. Yes, sir. As you wish. Affirmative. Building ready. Training. Betreideos-Turmen. So. I'm ready. Awaiting ready. Ah, ich sehe gerade, ich hab hier so'n, 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 ähm, Harvester quasi angeklickt. Mhm. Den kannst du halt in die Mainbase schicken, aber auch in die Storage. Das heißt, du kannst den in die Storage quasi, äh, reinsetzen. Awaiting orders. Ignore es. Versuch gerade, äh, verzweifelt eine Storage irgendwie in die Mitte zu kriegen, in der Hoffnung, dass dann der Geldfluss etwas reger ist. Ja, das sollte es sein. Ja, das sollte es sein. Ja, das sollte es sein. Unit ready. Insufficient funding. Yes, sir. End route. On the way. Building ready. Proceed. Hit the pawn. Yes, sir. Er kommt schon mit Banschis. Die Taktik hat er drauf, definitiv. Und er hat auch schon eine Atombombe. Ja, das Späßchen werden wir spätestens, wenn wir Banschis haben, ganz schnell austreiben. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich bin ja eben ein bisschen angekitzelt bei mir. Sacknaht. Ach, jetzt hätte ich doch nichts täuschen gemacht. Ist natürlich auch mein Bilder gerissen, den hätte ich noch gebraucht. Die sind noch gar nicht so günstig, sehe ich gerade. Da kommt wieder was angeflogen. Es wacht nicht lang gesehen. Achso, da sind deine Autopods. Ich kann man nicht Altscha ausschalten. Ich halte deine Einheiten immer noch regelmäßig für die des Gegners. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bekomme es. Ich weiß es. So. Du hast sie kommt. Alter, ey. Eine Banshee einfach an deiner Verteidigung vorbeigeschissen. Der hat vor allem die Verteidigung eingegriffen. Und sie einfach blöd gemacht. So nicht. Ich habe keine Einheit dabei, die gegen Lufteinheiten geht? Das ist ja bitter. Ich müsste mal irgendwas bauen. Geht so nicht weiter. Ja. Rocket port. Komm mach mal hier 10. Building ready. Ready for action. Base on your attack. Building ready. Building. Yes sir. Acknowledged. Du kannst echt dich nur da hinstellen und die ganze Zeit anti-air bone. Dann kommst du vielleicht durch gegen die KI. Building ready. Krass. Ja, und dann kommt die Atombombe, ne? Ja. Building ready. Schon so ein bisschen. Ich schlage ihn mit deinen eigenen Waffen hier. Bist du auch am Benji-Bahn? Building ready. Ich baue jetzt einfach mal straight. Ein paar tausend. Building. Und ich glaube, ich nehme mir eine AA-Turret auf Halde. Und immer wenn er irgendwo angeschissen kommt, kriegt er eine vom Kopf gelatzt. Dann baue ich da einfach ein AA-Turret. Das geht am schnellsten. Unit ready. Altbekannte Taxi. Scouting ready. Was muss man denn jetzt noch dafür bauen? Den Scout-Balloon konnte ich eben nicht bauen. Building. Ein wenig ergeben. Dann muss ich jetzt noch machen. Building ready. Yes sir. On my way. Echnow it. En route. Ich habe den Beschuss gehört, aber ich sehe ihn nicht. Du hast den Schuss nicht gehört. Hacker Tank. Mobile AA. Das geht dann halt was, was wir gebrauchen können. Absolut. Also jetzt greift er an, oder wat? Wo ist er denn? Unten. Au. Hab doch nichts. Uiuiuiuiuiuiui. Lost. 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 Ready. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. War so frei den Angriff abzulegen. Welcher Batschie denn? Unit ready. Ich habe mal einen Gunship und einen Speeder. Unit ready. Ich habe jetzt so einen Download Center gebaut. Hä? Aber da war nichts drin. Building. Wenn wir, äh, guck mal den Conquer kannst du später ja noch größere Kraftwerke bauen. Die brauchst du dann ja auch noch. Aber hier, Building ready. Nee, ich hatte auch irgendwie, ich guck mich die ganze Zeit nur noch irgendeine Upgrade-Funktion oder was. Aber, mich deucht, das geht nicht. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Yes, Sir. Äh, ich sammle jetzt einfach mal da so mittig bei dir die ganzen Benjis, die es da so gibt, die bei mir so rauspurzeln. Und ich würde sagen, kurz vor Ablauf des Counters flieg ich einfach mal dahin und guck mal, wie er darauf reagiert. Ja, ich habe mir, äh, oben in der Ecke noch ein Bild dahin gestellt, den... Yes, Sir. Affirmative. Verlebt so. Acknowledge. Affirmative. Affirmative. Unit ready. Acknowledge. So. So. Mit fünf Stück mal eben alles zerlegen. Ja, ja, das ist schon, wie gesagt, das ist relativ heftig. Und deswegen, ich mache mir fast keine Gedanken wegen der Atombombe, weil da werde ich einfach gepflegt hinfliegen und das Ding ausschalten. So, ich habe jetzt einen Kraftfeldgenerator gebraucht, der scheint aufladen zu müssen. Das ist relativ, das ist die eiserne, äh, der eiserne Vorhang. Ist ganz cool. Affirmative. Achso, der kann Einheiten, äh, unverwundbar machen, oder was? Äh, ich glaube nicht unverwundbar, aber er gibt ihm so ein, äh, Power-Up, was den unglaublich viel Lebenskraft gibt. Das war der Bilder, den du eben nicht killen konntest, als du mich angegriffen hast. Affirmative. Achso, jetzt muss ich natürlich diese Atombombe erstmal finden. Affirmative. Äh, Starport? Affirmative. 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 Fällig. Affirmative. 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 Welche Sekunden hast du noch? Affirmative. 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 Aber ich frage mich, wo... Affirmative. Affirmative. Ich weiß es nicht. Kommel. Ich glaube, das Ding ist auch entschieden, ne? Also, da hat er jetzt, das... Der hat so diese eine Taktik, Benjis, und wenn die nicht fruchtet, gehen die Lichter aus. Das ist schon relativ deutlich. Äh, ist ja auch eine Test-AI, ne? Jaaa. Wir haben jetzt halt... Wir haben jetzt halt... Drei Versuchung gebraucht, um ihn... Ah, ich hab's. Jetzt hier... Attack-Move. Viel Spaß. Lass dich mal alleine. Können wir noch ein bisschen mit sich selbst spielen. Jaaa, du hast ja auch so ein paar Maniketten. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir rubbeln da jetzt einfach mal rein. Weil viel mehr dürfte da nicht mehr kommen, ne? Was meinst du? Ah, jetzt hab ich hier welche Frostfield mäßig. Klar gemacht. Komm mal rein jetzt hier. Ah, das Frostfield lädt die, äh... Energie wohl wieder auf. Lost. Aber warte. Keiner. Lost. Frostfield. Final einsetzen kann. Ready for acknowledge. Okay. Also du meinst, du verfehlt die Wirkung, oder? Wieso kannst du wirklich Benjis bauen? Ich find die nicht. Und auf Flucheinheiten? Was mittige in der ersten Rollen. Na, da hab ich nix mittiges. Was sind das? Lost. Oh! Er hat zwei... ...quenchys hochgeschickt. Der gesamten... Er hat wahrhaftig eine Atombombe gebaut, das ist aber optimistisch gewesen. Oh! Abfangjäger, einschuss, und... ... der Benjis platt. ... Das gefällt. Ja, Abfangjäger, ich fliege doch irgendwas rum von dir, was meinst du zu, dass... Ja, fang abfangenjäger. Ich frage mich warum ich den Rüttchen nicht kommen kann. Na ja. Vorher hast du den Rettung. Ja, Sir. Affirmative. 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 En route. Lass ihn ab. Ja. So liebe K.I. Denk dran, sei immer nett und tut das was wir erbäuden sollen. Affirmative. Ich weiß nicht genau das. Nicht mit mir, nicht mit Commander. Jetzt müssen hier noch irgendwo, ähm, Gebäude stehen. Unit lost. Ich glaube nicht, dass das was mit dem... Ich scoute mal. Ich scoute mal. Ich denke mal, der wird noch x Mining Tower haben irgendwo. Oh gleich. Acknowledged. Den wir gleich haben. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Ja. Schnieke. Hervorragend. Sehr gut. Wir haben sogar Punkte gesammelt. Inwiefern? 1233 und äh... Die Kino 427. 25. Ha, lächerlich. Der hat mehr als ich. Hm, hm, hm. Okay. Verräg ich jetzt. Connection failed. Ah, das ist zugemacht. Ja. Hervorragend. Definitiv. Also... Lässt sich mal wieder zeigen, dass man auch mit dem älteren Spiel halt sehr unterhaltsame Multiplayer-Matches haben kann. Durchaus. Und vor allem halt auch mit einem noch nicht ganz fertigen Spiel. Man muss sich halt auf die Unfertigkeiten einlassen. Aber wenn man das tut, gerade gegen menschliche Mitspieler, ist es eigentlich wirklich unterhaltsam. Ja. Man muss halt akzeptieren, dass man nach einer Atombombe im Graben liegt und dass Banshees ein bisschen imber sind. Ja, genau. So gegen Atombomben. Geist sich gegen Wappner, ne? Also... Äh, ich hab jetzt auch gar nicht geguckt, weil sich das für mich nicht angeboten hat. Kann man das Haupthaus wieder aufbauen, die Mainbase? Also ich konnte da nichts mehr bauen. Ich hatte deswegen ja diesen einen Builder da zur Seite geschickt und hatte da die Hoffnung, dass... Wenn er mit der Atombombe mein Hauptgebäude zerstört, dass er... Dass ich damit dann wieder was bauen kann. Hat sich nicht überhaltet. Ne, weiß ich nicht. Das kam ja nicht dazu. Du hast ihm ja dann die Möglichkeit... Ach so. ...genommen. Ja. Da gibt's bestimmt Möglichkeiten. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, behalten wir das Ganze mal im Auge. OpenHV. OpenHV. Genau. Auch im Artikel zu finden auf Olase. Jawohl. Einfach unter OpenHV oder auch unter dem alternativen Namen... Harvacium? Evie... Ne. Harvacium. Harvacium. Genau. Und darunter ist es auch zu finden. Harvacium. Genau. So wie das Spiel ursprünglich mal vor... Boah. 27 Jahren heißen sollte. Wahnsinn. Krass. Ähm. Aber... Gut. Ich bedanke mich für die Runde. Elkommel, ebenso. Vielen lieben Dank für die Zeit. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns einmal... Bauch. Wir sehen uns... den Zivi rasseln. Aber...